Qualität 1, Rüstung 1. So, der sagt hier, Rüstung 4, Qualität 4 ist klar. Instand der Level 2. Ja gut, hinterhältig ist mir jetzt erstmal 2 allein. So, das ist meine Sumpfrüstung hier komplett am rumstehen. Du kannst mich jetzt Mr. Lox-Umhang nennen, Herr. Richtig. Sieht aus, die Lumpen. So, dick aus, steht ja gut. Der Wolf hat er auch gegen Eis geschützt, oder? Ja. Mal gucken, was der so für Statistiken hier ausweist. Wo ist der hier? Irgendwo verhindert es? Der war da, glaube ich, hier sogar über dem Wolfschirm. Genau. Ja, der hat Haltbarkeit 1.000. Der ist sogar 200 Punkte schlechter. Naja, gut. Die Haltbarkeit, da mache ich mir nicht so Gedanken drüber. Was da macht, was kaputt geht. Da muss man ja auch nicht auf der Fall. Du musst dann immer die Dinge ins Wachen, ja. So, ich bin aber noch mal kurz auf Toiletski und dann können wir von mir aus eigentlich hoch in die Berge gehen. Da könnte ich mal meinen schönen Umhang testen. Wollen wir noch mal in das Gebirge oder gucken wir uns einen anderen? Ich würde in das Gebirge gehen, wir haben da so viel Silber noch liegen. Das wäre eigentlich schade, das nicht mit einzusammeln. Da ist auch noch welches verbuttet, glaube ich. Wenn die da letztens noch ein paar Dinge aufgemacht haben. Ja. So, warte ich mal kurz auf Toilette. Bis gleich. Guck mal. Ach, schön, schön, schön. Guck mal. Und da ist er wieder. Zurück von Toilette. So, ähm, ja, ich habe jetzt dann, oben brauche ich erstmal dann keinen, äh, keinen Giftwiderstandsmeet mehr. Das macht keinen Sinn. Ich würde trotzdem noch ein bisschen Frostschutz mitnehmen. Mhm. Weil irgendwie habe ich, äh, 50, ich habe, so habe ich jetzt 50 Kohle einstecken. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass es da manchmal auch ein bisschen spannend wurde. Selbst bei, bei solchen gut ausgerüsteten Sachen. So, was habe ich denn jetzt hier? Würstchen. Ich habe mal Würstchen. Na, ich hoffe, das reicht. Ich muss da noch irgendwas fleischisches mitnehmen. Ähm, ich muss nur die Kohle raus, äh, rausschmeißen aus dem Inventor. Äh, Würstchen. Oh, es hast du dir hier leckeres gemacht. Also, gekochtes Loks, nein, ich riechelte wie. Nur die Schwarzschule nehme ich mit, die war eigentlich auch immer ganz gut. Aber ich finde, wenn so, ich muss mal die Ritzkohle wegpacken. Äh, das habe ich meine Hähmung abgenommen. Äh, das war gut. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe herausgefunden, warum ich manchmal Probleme mit dem B-Lan habe. Meine Katze knabert am Router rum. Ah, sowas machen die. So, meine Katze, keine Ratte. So, ähm, wegen dir kann man hoch. Ich habe ja 18. Lass uns mal in die Berge gehen. Mhm. Äh, wo war das? Ne, Alter, das war ja drüben dann, oder? Ja. Wer geruft, sozusagen. Damit ich wenigstens ganz nach dem, ähm, meinem hier Titel bei, bei Twitch in der Kommissar jetzt bin ich ja bis jetzt, ist er noch nicht am Frieren. Aber es kann halt sein, dass du bei Schneesturm oder sowas vielleicht. Oh, das wäre natürlich ungünstig, Schöpferflögen nicht, oder? Ja, das wäre ein Drachen, ne? Oh, über uns. Ich denke, wir brauchen unbedingt noch ein bisschen Zweifel. Oh, der Langsatz ist ähnstlich. Bomben. Hast du gesehen, wie er gefallen ist? Wie eine feige Pflaume. Ja. Und ich könnte mal was essen, sehe ich gerade. Ja, das wäre vernünftig. Ja, ich habe jetzt leider nicht mehr so ganz diese guten, äh, plus 15 Bogen, aber egal. Aber es geht ja eh ja ein bisschen hoch. Aber der nächste Drachen, was ist denn hier los? Lauter Drachen, ja. Ich glaube, den hat es ordentlich erwischt. Ähm. Ich habe mir hier vorne irgendwelche Markierungen gemacht. Es kann sein, dass da noch Silber ist. Ja. Aber bis jetzt friert er tatsächlich noch nicht, ne? Was cool ist. Ja, ich glaube, ich würde sogar mal Obsidian mitnehmen. Habe ich ja schon letztens immer mitgenommen. Ach, die ist, die hat mal eine Eisenspitze, ich kann es nicht. Haha. Mit der Hush geht es nicht, oder was? Nee. Also auch mit der Bronze nicht. Ist nicht so schlimm. Dann muss ich das mal machen. Ja, du wirst doch das Silber abbauen müssen. Das kann ich dann noch nicht abbauen. Ich kann es maximal mit unter Höhlen. Haha. Ich gucke gerade mal, wo das Silber hier, da ist die... Hier ist doch noch ein Loch, glaube ich, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ist immer Silber drin? Ja, ne? Ja. Sieht jetzt nicht so aus. Ja. Ja, das ist auch viel zu klein, aber es kann schon sein. Ach, nee, warte, das war hier wohl diese Halskette war. Ach so. Verdammt. War nur mich. Gut, dass es dir eingefallen ist, aber ich habe mir hier aber... Nee, keine Markierung. Äh, linksrum müssen wir jetzt hier. Zum Silber ist eigentlich hier oben irgendwo. Hm, da waren wir aber auch schon zweimal. Okay. Das ist durch den Weg. Wir gucken jetzt trotzdem mal nach, oder? Ach, das hat bloß steigen, keine... Ha! Oh, scheiße, ich habe keinen Ausdauer mehr. Ich darf es mal kurz wieder hier abrufen. Und hier ist auch wieder der scheiß Golem. Ich will ja eigentlich nicht hin. Da ist auch irgendwo ein Wolf am rumjaulen. Wo ist der Golem? Der dürfte jetzt hier gleich wieder spawnen. So, hier ist ein Steiner. Wir können trotzdem mal da reingucken, ob der jetzt hier... Das ist leer. Okay. Und hier müsste gleich der Golem sein. Nee, nee, das haben wir unterhüllt hier. Ich habe hier vorne noch was markiert. Ja, ich auch. Ich habe gesagt, da ist eine Höhle. Die haben wir aber erledigt. Und hier müsste irgendwo Silber sein. Ja, hier rechts habe ich... Nee, das ist das, wo wir eben gerade waren, oder? Ja, das ist ja... Hast du der Wünschelrute mit? Habe ich mit, ja. Okay, ich glaube, hier kannst du auf jeden Fall mal gucken. Warte mal. Der pinkt bei mir gar nichts drauf jetzt. Ja. Ja. Na, da kann man es doch füllen. Ich habe mal auf die... Ich bin da auf jeden Fall wieder rumgeschwenkt. Auf den Wünschel, sozusagen. Wie gesagt, ich glaube, in der Kiste am Eingang waren auch noch irgendwie Silber. Ja. Kann sein, ja. Ja, ja, wir haben so viel Silber, das muss man nicht einsammeln. Genau ist der Raum, ja. So scheiß Wölfe, die hier rumjaulen. Die mag ich nicht. Das ist ja eigentlich noch lange groß. Wo ist ein Drachen bei uns jetzt hier im Einflug? Ja, über uns ist ein Drachen. Mhm. Machst du den? Soll ich den? Ich kann mich drum kümmern, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja... Achtung, da können wir dich an das Feuer nehmen. Ja, fliegt so schnell in der Sack hier. Das dürfte es auf jeden Fall schon fest gewesen sein, oder? Ja, platt. Ich weiß nicht, wo ist denn irgendwelche Kämpfer? Sollte der Butter-Golium da sein? Bitte nicht. Der kommt hier nicht rein. Niel hat den letztens reingelockt. Aber der prügelt natürlich nicht mit die Silberbomne raus. Mhm. Leider, muss man sagen. Das ist ein Fande. Ja, der Kontroll ging das ja so ein bisschen, dass du den rumlosen könntest. Alter, das ist eine riesen Silberarte. Alter, das ist ein Fande. Alter, das ist ein Fand. Alter, das ist eine Krise. Ach so, wenn du das nicht willst. Soll schon mir das normal ist. Und du hast nicht Katast. Aber der ist Sport, ich bin kein Friedrich. Der wird Köln-Fare, ich bin kein Friedrich. Entschuldigung. Entschuldigung! Und du hast dich. Hallo? Was hacken sie denn hier so? Ja, wir müssten uns auf den Fall in eine dritte Axt hier eine Spitzhacke zulegen. So, was wichtig ist, ist es eigentlich eher sinnlos, das immer zu teilen. Ja, macht mir gleich lebt. Das habe ich schon bloß vergessen, was ich da gegeben habe. Ja stimmt, da fällt ein Stein durch. Ich bin sinnlich, dass ihr euch so geeinigt hattet. Die Krachen verloren. Mhm. Sie haben leider aus den Augen verloren. Ah, da ist er. 3-2, oder? Der müsste Platz sind. 3-2, oder? Der ist nicht gereicht. Die müsste doch jetzt brechen. Theoretisch müsste das Ding gleich runterfallen, ne? Ich hoffe ja noch ein bisschen wieder die Seite nicht länger noch weg. Kann sein, dass der ja noch im Weg ist. Hm. Ja, da wissen wir halt nicht, wie die unsichtbaren Polygune das unten haben wir noch verknüpfen. Da verleten uns ja gerade Bäume. Da verleten uns ja gerade Bäume. Ich würde sagen, er ist ja schon da halb verbraucht. Ja. Ja. Na dann zeig mal, was du kannst, ja. Die musst du eigentlich schon da hin runterfallen, dachte ich. Ne, da musst du eben mal anhacken. Okay. Dann müssen wir das mal ausprobieren, oder? Keine Ausdauer gerade im Moment. Ich muss erstmal schnell mal hier... Weiß fehlende Voraussetzung. Ich habe nicht genug Steine gesammelt. Tatsache, bloß sieben. Oh, ich habe drei Drachentrophäen, meiner. Das ist doch schön, dass wir uns ein paar Drachenhelme haben. Oh, da kann man Drachenhelme bauen. Achtung, ich hacke jetzt. Hm. Passiert nicht. Jetzt. Da zuckelt er doch vorerst mal. Übelst verbuddelt, geil. Das ist schon irgendwie witzig, finde ich, ja. Ja. Wird nicht langweilig. Äh, ne, hier ist immer noch eine Silberader da. Bei mir, oder? So ist sie, ja. Ja. Hä? Was sind denn jetzt zusammengefallen? Mit der Hälfte auf jeden Fall von der Silberader. Ja, musst du nochmal machen. Dank. Ich habe 14 Silber einstecken schon. Ach, scheiße, ich komme hier nicht hoch. Von unten kannst du das bestimmt hoch. Ich will ja oben mit drauf gehen. Ich habe nicht genug Holz leider. Wieso habe ich nicht genug Holz? Ich habe keine Werkbank. Ich will das hier vorschriftsmäßig. Oh, ob das... Ja, da musst du es aber auch gleich wieder abwollen, ne? Was denn? Ja, leider. Das wird so nicht gehen. Das befindet uns ja mit dem Boden. Ich glaube, das müsste eigentlich egal sein, dachte ich, oder? Hm. Wir werden sehen, oder? Nee. Okay. Ist auch immer noch nicht komplett runter, ne? Das kann schon sein. Ich habe die Leute jetzt mal kaputt hier. Hm. So, jetzt haben wir noch einen Schneesturm. Das kann ich gleich mal testen. Das war sie, oder? Jawoll. Großes Kino. So, jetzt habe ich bloß zuerst gemacht. So kann ich denn nichts mehr ablegen. Achso. Ich bin jetzt schon voll, habe nur 21 Steine, ne? Obwohl das nicht auch so gut wird. Das ist ja da. Ah, Silbererz? Oh ja, 23 Silbererz? Oh! Oh. Ja, Herr muss kommen. Ich sehe mal nicht. Wo ist er denn? Auf der oben ist er. Ja, mein Wolf hier oben? Ja. Wollen wir mal zum Portalrennen gleich? Das ist ja jetzt erstmal lagern. Ich wollte uns ja eigentlich eher warten, oder? Ich habe hier genug Silber an Warte, 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 warte. Haben wir uns das Portal markiert? Ja, ja. Ja, ja. Warte, Wolf, hinter dir? Ich werde das Holzfehl lieben lassen, das dauert nicht. Das nehmen wir auf dem Rückweg. Ich meine, wir könnten noch zwei haben und Silber rennen, ne? Ja. Reine können wir auch nicht genug haben, wenn wir nochmal sowas bauen sollen. Hier oben ist alles voll, ja. Das Auto ist ja auch schon gelassen, ich habe keine Ausnahme mehr. Das ist gar nicht gut. Ich bin aber nur noch drei Minuten ausgeruht, also ich müsste rein deutscher her mal rüber gehen. Ja, mag ich mit. Da ist ja schon mal unser... Oh ja, hier ist noch reichlich Silber. Was? Oh ja. Ich sage ja, wir haben ja noch so viel Silber hier. Aber ich meine, das mit der Kachel, man könnte es versuchen. Ja, ich glaube, da sollte man eine Brücke bauen, aber... Das ist zu kritisch hier. Ja. Ja. Wenn man eine Brücke bauen, habe ich jetzt eigentlich auch keine Lust. Und das ist echt schwieriges Gelände. Ja, ja. Und das ist auch ein schwieriges Gegner dort, ja? So, Obsidian war da auch hier irgendwo schon da. Also Obsidian... Denkst du an deine Spitzhacke, ja? Ja. So. Was braucht man denn dafür? Verrepavieren? Ich glaube, Leder, Holz und Zeugs... Äh, Eisen und Zeugs. Obwohl, ich könnte mir eine kleine Silberspitzhacke bauen. Gibt es da eine? Ne, gibt es nicht, ja? Äh, doch, oder? Das kann ich doch nicht sagen. Eigentlich tächtig gab es auch sowas. Die war aber eigentlich... War die scheiße, ich habe keine Ahnung mehr. Die gibt es auch nicht mehr. Ich dachte doch, es gäbe eine Silberspitzhacke. Aber... Gibt es nicht mehr. Ach, ne, ich glaube, dann kann es auch keine gegeben haben. Ja, das ist... Hörsprecher... Hm, 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 hm. Horm der Feierlichkeit. Da muss ich heftig mit Mäht einumhängen. So, das ist erst mal verrepariert. Worscht mal wer da hämmert. Worscht mal wer da hämmert. So, Feuerpfeile müsste ich mir noch ein paar machen. Geht's... ... 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 So könnte es etwas zu essen vertragen. Vielleicht das doch mal. So könnte es so etwas zu essen. Wenn es so etwas zu essen ist, dann schnapp es die Zeit. So könnte es so etwas zu essen. So könnte es so etwas zu essen. Der Knochenband hat mich schon so voll gelabert, allerdings am Altar hinten. Oh, irgendwo gibt es hier Brügereiche wieder. Das hört sich wohl auch nicht gut an. Da ist ein bisschen mehr Essen verschieden, das könnte es schon geben, hab ich irgendwie. Ich bin relativ schnell ausgeschöpft. Du verbrügelst hier keine Leute, oder? Nee. Irgendwo gibt es hier mehr Bashing, ich weiß nämlich. Der Schamane, der hat Berserker. Könnten nur Skelette sein. Die sich hier irgendwie betteln. Hm, naja. Das geht mir nichts an. Du hast dich ins Bett gelegt, oder? Nee, noch nicht. Also, nee, weil ich sag dich so in der Nähe des Bettes da rumschweißen. Ja, ich wollte mal noch einen Humpen bauen. Ach so. Hump ab das Bier, sozusagen. Drei Viertelzehn, das ist übrigens schon mal da. Hm. Ja, wir können ja das Silberpferde den nächsten noch fertig machen. Die machen wir noch. Wollen wir schlagen, oder? Ja, nicht. Genau. So, los, rammeln. Lass uns los, los gehen. 2, 1, Risiko. Ja. Mit der besseren Rüstung fühlt man sich gleich stärker, ne? Ja, ja. Nicht wirklich, aber... Wenigens der Umhang pusht viel weg, muss man ehrlich sagen. Hm. Na, ich würde ja schon wieder irgendjemanden hier drinnen bei uns kennen. Irgendwas wird hoch, ne? Da wird wahrscheinlich wieder an der Gapbank kommen, die auf uns kommt rein. Ich hatte ja extra geguckt und kein gesehen, nach dem Elektroschern zu haben. Am Schoppelino, sozusagen. Tag 308, gute Nacht. Ich fahre erstmal die Treppe runter. So. Das heißt, ich habe mir die Mine gar nicht markiert. Ich weiß ungefähr, wo sie ist. Und hier müsste auch noch mal Silber sein, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe gerade Gesellschaft bekommen. Angenehme. Ja, ein Drache. Hallo, Drache. Ich habe mal meinen Loks irgendwas ausprobiert. Ich habe mal meinen Loks irgendwas ausprobiert. Äh, ich habe einen Drachentrophäe. Der hinrutscht in Reichweite. Die für den Hauptmann. Ich habe einen da. Ich finde, was du vielleicht ist, das hier. Ach, da. Okay. Die Drachen profil brauchst du für den Helm. Ich will nicht mehr, wenn du noch auflevelst. Dann nachher. Zwei Stücke und weiß nicht. Ähm, das brauchst du. Warst du ja. Ja, gut, Wolf sieht schlecht aus, ja. Weiß Fal. Boah, aber das kriegt man eigentlich relativ. Ah, naja, ich sag's und ich laufe gar nicht in den dummen Wolf rein. Ich hab genaues glaube ich. Uuh, Glück gehabt.